Nummer 75 – Funde aus der Elbe Exoten an der Elbe. Schon vor etwa 7500 Jahren wurde hier mit ungewöhnlichen Waren aus fernen Ländern gehandelt. Und das ist auch heute noch so. Mittlerweile sind aus den Einbäumen zwar gigantische Frachtschiffe mit Containerladungen geworden, aber immer noch landen im Hamburger Hafen Waren aus allen Winkeln der Welt.